hallo und herzlich willkommen es geht weiter in einer neuen folge ich steche dich auf der vertreten sich dazu ein klebeband unten in einer garage Leute wie geht das mit der rechtstieg machte es mit 2 und dann ja wir haben jetzt einen polizisten kennengelernt aber es war klar dass es nicht die Pistole gibt hallo ich habe es getrieben zu verrückter an der Tür ne seine Waffe aber es ist nicht dass uns ein mach das auch, ja Alter, vor allem mit der Hand ne und mit dem Messer ist klar drückgelehr noch mal den Knopf das sieht sehr sicher aus alles hat er da jetzt sowas von umgebracht wir müssen hier raus verdammt zuerst erzählen sie mir was sie hier draußen so spät alleine machen ich was ist mit ihnen das ist mein Job machen sie ihren Job und antworten antworten sie endlich sie würden mir nicht glauben wenn ich ihnen erzähle ach ja dann wie das ist mein Job ach das ist nichts die höh sag mal dass wir uns etwas machen was ist das was ist das was ist das das ist das was ist das Ich bin jetzt ganz ruhig. Probier die Zeit zu nutzen, indem er so rundhaut wird. Alter, ist ja schnell. Aber hast du gar nicht mehr? Ach du, scheiße. Du bist da auch mit dem Messer zu händen, da ist so eine richtige Axtrad. Alter, scheiße. Das geht doch nicht. Wie vielleicht der auch ist. Vor allem weiß ich noch, was du machen musst. Das ist mir scheißegal. Fick dich. Das ist doch nicht... Hey, wir müssen hier raus, verdammt. Zuerst erzählen sie mir, was ihr draußen bis später alleine macht. Ich, was ist mit ihnen? Das ist krass. Machen sie ihren Job und antworten. Antworten sie endlich. Und wie ist der da hingekommen? Ich sehe das. Hey, das ist drauf. Stopp. 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 Wo den machen? Guck direkt, was der machen kann. Es hat auch noch ein bisschen, bis der kommt. Scheiße, ich werde nicht jeden Einzelnen verbrechen. Ja, okay, gerade. Ist das mit dem Auto? Was ist das? Da war noch rechts ein Schatten und Medizin, glaube ich. Mach, was machst du? Was? Du musst ja Schüsse finden, da muss ja irgendeinen Dampf. Ich hab's mit der Kugel nach der Kugel. Oh Gott! Mit dem, weiter, Mann. Schleck ein, schleck ein, schleck ein. Ja, ja, auch mal dagegen. Egal, wohin. Ach so! Fahr, fahr, fahr den Platz! Ja! Fahr nochmal! Fahr so lang, bis jetzt den Nodes. Ja! Fuck! Stop! Opa! Alter, fahr da! Warte, lass den aufschieben, sonst hast du jetzt, wo der hin ist. Was? Was? Fahr, fahr, fahr! Ich kann nicht, ich kann nicht! Das ist alles. inferra! Was? Was? Ja! Das ist alles. Warte! Das ist alles was? Das ist alles! Ja, was ist das? Ich weiß ganz vielen, vielen Dank. Alter, was ist das Reste mit den Typen? Der lebt noch. Der lebt noch, steig aus. Ich probiere jetzt, weiß ich auch nicht mehr, was hier auch ging. Der lebt nur nach Po noch. Der lebt noch. Ich hab's doch gesagt. Oh Junge, schau was du eingestellt hast. Scheiß Kerl. Was? Was? Du bist links, guck. Ja, okay. Der lebt. Ich fragte, ist wie lange noch? Ich hab... Der lebt immer noch, wetten wir. Da ist der. Nein, du es nicht. Da ist der Schwarzabend. Okay, da gibt es halt. Helle ist es glaube ich nichts mehr. Blutblut es ist ja nicht mehr normaler Züge der Gäste immer zu mir noch genau stehen das das ich habe es gehofft Alter. Hallo. Jiii. Alter, warte, dass du da wegkommst. Entschuldigung, ich muss gerade das ein bisschen in die Länge ziehen. Was ist denn los? Ich will die Maus und vielleicht kann ich das auch wieder ein bisschen wieder machen. Zieh das nicht, das nicht länger, mach einer. What? Es tut mir leid. Darf ich da hoch? Oh Gott, nein. Nein! Deine Aufmerksamkeit, Junge. Du wirst gleich was wunderbares sehen. Boah! Scheiße! Ich hab gar nichts gemacht. Ähm. Der bewegt sich immer noch. Also die... Entweder wächst das wieder nach oder die werden irgendwie wiederbelebt. Sieh zu, dass du wegkommst. Oder der hat Klone von sich. Was weiß ich. Der will uns auf jeden Fall was zeigen. Und Mia war ja eigentlich auch schon... Wunderbares, dem hat er gesagt. Was ist das? Ah, für lustige Chemikalien können wir gleich das für Kräuter benutzen. Ja, das war's. Blinden. 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 Ahhhh. Das ist nötig für die Tür. Blinden. 화ier. schüsse auch ich habe nachweiten wir haben bis zufrieden ist das ist die die Pistole ich habe das Gefühl wie schießt damit Prozent Platzpatronen da ein Schuss im Kopf die Haus noch keine normalen Zombies können verkauft dass das normale Zobbys sind. Ich kann es oben speichern. Ich werde sowas von speichern. Ich speichere es automatisch. Das ist Gongs FPS aus. Scheiß, Alter. Ist das Radio? Ist doch schön. Ganz oben bleiben. Ich nehme dieses Messer. Ich bin aggressiv. Oh, Sparung. Und jetzt habe ich keine Ahnung, was hier passiert. Ich bin ab jetzt komplett raus hier. War das ein Schatten? und mann das ist auch erst hier und dort mehr um das die 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 ich habe die Schießpulver? Oh Gott. Okay. Das war nur die Tür. War da nicht noch die Kiste drin? Kannst du mal was machen? Nö. Nein, guck ich hier so. Nein. Das ruckelt. Oh nein. Das ist wieder eine Aussparung. Das ist nicht mehr normal. Oh, Flinte, 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 Flinte. Toll. Super gemacht. Da. Da kommt jemand. Guck links durch. Ne, durch die Barriker. Da ist er. Da ist ein Schatten. Da ist ein Ventilator. Ja. Da ist es nicht. Da kommt. Ja. Jetzt irgendwas machen, da rauszukommen. Ich glaub, ihr musst da wieder... Ja. Guck dich doch weiter um was da rum. Da muss ich irgendwas, was ähnlich schwer ist. Und ich dachte schon, jetzt wäre es neben vorbei. Aber guck dich jetzt trotzdem weiter um. Ich hab's mal drauf zu nehmen. Ich hab's mal drauf zu nehmen. Okay. Gut. doch mal drauf zu nehmen. Mhm. Mh, lecker. Mhm. Okay, du musst hauen. Ich gehла maximum rein und dann ausfallen. Warte, kannst du da an die Uhr an? Kannst mich mit комментはいつ tücken. ja reichen durchschnittlich erstmals machen bei dieser Fall schädlich der Ecke kommen und die reizt da hat doch für die fünf gekostet der Spiele in die Länge die hieß margaret glaube ich ich hoffe es ist in der Aufnahme nicht zu schlimm da kannst du es einsetzen ja 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 ich hoffe wir haben es nicht ausgelöst ich hoffe es auch nicht ich glaube wir brauchen hatten wir dafür schon die Aussprache gehabt ich glaube schon nicht dass wir drei brauchen das waren wir brauchen drei in zwei jahren mehr als 20 personen vermisst Captain Howell das war jetzt nicht gerade der Typ das war ein Deputy von der Staatspolizei erklärte gegenüber Journalisten dass eine Suche nach Helen Mitkiff eingeleitet wurde eine College Studentin aus North Carolina die durch Louisiana reiste von Mrs. Mitkiff fehlt seit der Nacht des 21. jede Spur Berichte von vermissten Personen haben in den letzten zwei Jahren in Louisiana dramatisch zugenommen ein Großteil dieser Personen sind Touristen und nicht sesshafte man geht von bis dato mindestens 20 Personen aus die unauffindbar sind die Polizei vermutet einen kriminellen Hintergrund und einen Zusammenhang der Vorfälle sie plant mehr Befragungen von Anwohnern durchzuführen sowie die Zahl der Ermittler aufzustocken Elisa Ashcroft 19. Januar 2016 Was? More on the way Ah es kommt noch weiter ok der will mehr Leute wahrscheinlich will die alles so zu sagen Zombie am hier machen guck mal wer da sitzt ich sag dir das ist die Chefin der Jack ist der der Jack wäre voller Böse bestimmt ist die das die abgab die abgab die erbte Gäste schlagen die 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 kommt wir können die Wachstattung ja stimmt Es ist ein Schiff. Es ist ein Schiff. Es ist ein Schiff. um ich will wissen wo die hingeht das ist hat er sich nicht mehr zu ich weiß nicht wo der Fall ist Fall ist bestimmt noch Margot finden die mit alle verarbeitet bereich das ist ein artikeln der folge der anderen nirgendwo schließt stimmt aber auch die bücher das ist ein Alter, was ist das für ein Dietrich? Drück einfach. Da musst du irgendwie rein. Alter, was ist das für ein Dietrich? They killed him. Okay. Wartime photojournalism. Okay. Piliartkühl, kannst du den eh nehmen? Nein. Nein, guck mal, warum besser? Ja. Schießprojekt mit 100. Ach, nicht. Öffnung. Wir brauchen was mit F. Nice. Gut, gut, guck. Ich hab mich, wie man aus dem Schießprojekt die Kuh gemacht, ob wir irgendwie irgendwie doch leere Patronenhülsen brauchen. Der Wettebericht, also 2. Oktober. Der Wettebericht sagt, wir müssen mit einem Sturm rechnen. Nach dem letzten Sturm vor ein paar Jahren hatte ich mit dem Aufräumarbeiten alle Hände voll zu tun. Ich schätze, ich sollte die Fenster verstärken und das Dach stützen. Vielleicht lasse ich mir ja von Lukas helfen. Das 9. Oktober. Das Wasser ist endlich zurückgegangen. Das Haupthaus ist in Ordnung, aber das Althaus wurde beschädigt. Lukas macht anstatt wegen eines großen Schiffs, das im Bayou gestrandet sein soll. Wenn das wahr ist, sollte ich besser der Gemeinde Bescheid geben. Ich werde es mir morgen mal ansehen. Das ist ja gerade hinter uns eingegangen. Fernseher. Ja. Oh nein. Ähm, guck mal raus. Was ist da? Das ist... Irgendwas ist hin und her. Ja, das ist was im Winter. Ich hab jetzt auch kurz gesagt. Oh, aber ich... muss hier jetzt an der Stelle mal leider unterbrechen. Weil ich jetzt... weil du jetzt dran bist wieder? Der neue Folge ist vorbei. Jetzt ist die Frage, möchtest du das wieder noch sehen? Oder sehen wir es in der nächsten Folge? Das sehen wir dann in der nächsten Folge. Vor der Cliffhanger. Ist nur ein Baum. Okay. In der nächsten Folge geht es mit mir weiter. Und was sich auf dem Film verbirgt, das sehen wir. In der nächsten Folge... Auf bestimmten Porno von mir, ich sag's dir. Wie es mit dem Faller treibt, ich... Ey, 100 pro, ey, ich schwöre. Na, das sehen wir dann leider. Auf meinem Kanal. Noooo. Das ist so nix in Folge, Leute, ne? Auf meinem Kanal sieht man dann Raction-Video dazu. Fuck. Ich will nicht. Aber du kannst, das ist so Raction-Video jetzt. Egal. Äh, macht's gut. Ciao. 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 Ciao.